So, da sind wir wieder und hier habe ich dann noch als Beschäftigung ein großes Hai hingeschrieben, als Ermutigung, dass ich mich nicht so ganz alleine fühle in diesem Gegend hier. Ach, wie konnte ich das? Ich übersehe manchmal was, das glaubt man gar nicht. Ach, komm, aber ein bisschen mehr. Jetzt bin ich runtergefallen. Und das bedeutet ein neuer Weg. Der war zwar nicht extra, aber so kommt man an die Wege. An die schönen Wege. Jetzt ist der schon wieder so ein Queen-Aufgang. Ei, Karamba, was ist denn das? Ja, da ist jetzt, ist der schon wieder da. Ja, was ist denn das? Ja, ja, was ist denn das? Haha, das werden wir jetzt alles nach der Reihe abbauen. Ist das jetzt die dritte Spinne oder ist das jetzt... Mann, alter, was ist denn hier passiert, Mann? Ich muss jetzt gleich wieder, ich muss jetzt gleich nach Hause, weil ich, mir gehen jetzt langsam wieder die Fackeln aus. Das ist total kacke, weil ich jetzt, ähm, gerade, gerade jetzt, finde ich gerade so, so, sauviel Stoff. Kein Koks oder sowas, kein Ecstasy, nein. Ich meine Rohstoffe. So wie dieses schöne Kohle, Eisen, sonst noch was. Es ist alles geil. Okay. Es ist alles cool. Aber dieses Spiel, Minecraft, also ich würde es empfehlen, weil einmal gespielt, also richtig, weil es gibt ja auch den Creative Mode, aber der, der ist dann halt nur was für, wie soll ich jetzt sagen, für Noobs, die, ähm, keinen Bock drauf haben, sich die Rohstoffe zu, ja, zu holen oder so. So, aber manchmal kann man den schon, wenn man, ähm, jetzt mal was, eine Stadt bauen will, habe ich ja auch mal gemacht, aber jetzt als, ähm, Hauptsurfer, so wie der hier jetzt, würde ich eigentlich jetzt nicht machen. Nur für ab und zu mal dieses Spielding. So, jetzt machen wir hier mal mit dem Brot, tun wir hier mal die schöne Eisenbahn kaputt machen. Und mit dem Brot tun wir nicht den Eisenblock weg. Leider nicht. So, hier ging's dann auch noch weiter. Aber so schnell ging's. Jetzt haben wir hier auch schon wieder alles abgebaut, aber hier in der Decke gibt's auch noch viel. Also, uh, jetzt war, jetzt hab ich eine Fackel kaputt gemacht. Das war extra. So. Hier geht's dann echt weiter. Ja. Ähm, mit was bauen wir das jetzt weg? Ist ja egal. Ich hoffe, hier kommen jetzt noch mehr Eisenblöcke. Ja, einer noch. Zwei. Okay, zwei. Egal. Immerhin. Hier haben wir immer noch was. Gucken wir mal, was das ist. Aber ich seh gar nichts. Ich seh hier nichts. Hallo. So. Hm. Äh, stopp mal. War ich hier nicht schon im letzten Video? Könnte doch jetzt sein, weil... Also, ich hab zwar nicht so ein dummes Gehirn jetzt, weil sonst würde ich ja jetzt nicht hier das machen, aber, ähm, manchmal kann man sich halt nicht mehr dran erinnern, weil es sind dann doch schon jetzt... 40 Minuten, 50 Minuten her. Ja. Ist schon ein bisschen lange. Und wie man hier sieht, wie man deutlich eigentlich sieht, wie groß hier dieses Bergwerk ist oder diese Mine, da muss, da kann doch einmal, finde ich, mal sowas passieren. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde mal sagen, da, wo das am besten, wo es am besten aussieht. Zum Beispiel, wie hier, diese Eisen-Dinge. Äh, 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 wollen die mich erschlagen oder was? Also, das geht ja gar nicht. Ich spinne ja hier voll. Oh, ne, da kommen jetzt aber richtig viele da noch runter. Äh, ne, 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 ist dann Arbeit pur. Äh, ich meine nochmal extra Arbeit pur. Aber egal. Apropos, weil, äh, meine Videos jetzt leider immer nur bis 10, äh, bis 10 Minuten gehen. Ich habe gemerkt, dass YouTube, äh, nur meine Videos bis 10 Uhr durchgehen lassen. Ist ein bisschen kacke, aber ich finde es eigentlich ganz okay. Und dann nochmal zu der Grafik, ähm, schreibt es mir einfach nochmal, gibt es mir Feedback, wenn das dann wirklich so ein Problem ist oder wenn es einfach passt. Also, weil ich würde, ich würde gerne mal eure Meinung wissen, wie ihr das findet so. Ob ihr das gut findet oder ob ihr es total bescheuert findet oder ob es ganz okay ist. Das würde mich mal einfach mal interessieren. Ich mache natürlich dann keine Videos mehr, wenn nur noch schlechte Bewertungen sind. Nein, natürlich nicht. Wasch mal an. Ich mache natürlich mal weiter. Aber wie schon gesagt, ich würde mich mal interessieren, was ihr da, was ihr dazu sagt. So, dann haben wir hier noch schöne Eisenblöcke. Ja, vier Stück. Aber egal. Was ist das denn? Ich habe kalten Tagen zu Hause. Also, ja. An kalten Tagen. Ja, Dave Daryl hier. Ein Remix. Auch ganz cool. Radio Remix natürlich. Aber das ist jetzt bis jetzt unwichtig. Wir gehen hier wieder runter. Und dann erinnere ich mich, dass dieser Weg schon falsch war. Jetzt schon falsch war. Und dann müssen wir nach Hause. Und uns, äh, ähm, ähm, genau, äh, Fackeln zu holen. Ja, genau. Alter, ja, ich... Ich habe hier auch schon langsam... Ja, doch. Das Zeug ist ganz schön berühmt jetzt, sage ich mal. Aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo es hingeht. Kacke, man. Ja, und schon hat man wieder einen neuen Weg gefunden. Also, es ist doch... Aber ich glaube, man kann hier jetzt gar nichts mehr sehen. Aber ich sehe hier noch... Ich sehe hier noch Eisenblöcke. Die will ich jetzt noch schnell abbauen. Obwohl man die hier noch sehr schlecht sieht. Aber ich glaube... Wenn man genau hinguckt, wie jetzt... Eine Kiste! Eine verbotene Kiste, Tropenwirbel und die haben wir schon gehabt. Das heißt, gut ist. Ist halt ein bisschen schade, dass ich die jetzt doch hatte. Dass ich die schon hatte, aber... So gesehen, weiß ich jetzt, dass ich hier schon mal war. Und dass hier auch ein Ausgang ist. Ja, gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Ja, diese Brücke hier. Ja, das sieht gut aus. Naja, hier, die Musik passt jetzt gerade perfekt auf die Aufregung, ob wir es jetzt hier durchgeschafft haben. Jetzt hier mal wieder das Spinnennetz. War ja wieder klar. Und haben wir es geschafft? Nein. Na super. Darf ich nochmal woanders hingehen? So. Aber der Weg, der ist ganz schön kompliziert hier. Ah ja, jetzt stopp mal. Hier ist der Wasserspeicher. Der Wasserspeicher. Wir sind von da gekommen und müssen wir hier hin. Sowas kann ich mir schon merken. Aber nicht sowas. Dann müssen wir hier lang. Nein, eben nicht. Wir müssen da lang. So, da geht es runter. Da haben wir aber schon mal gesagt, da wollen wir jetzt nicht hingehen. Ich glaube, hier geht es hoch. Oh, nee, oder? Hier ist das High. Na, das ist immer falsch. Jetzt sind wir im Kreis gegangen. Super. Das habe ich ja toll gemacht. Müssen wir hier runter gehen. Sind wir hier im Kreis gegangen. Da geht es nicht lang. Und da geht es eigentlich auch nicht lang. Ich bin jetzt immer schon wieder im Wasserspeicher. Also, ich habe mich voll auf. Schon wieder. Okay, aber trotzdem ist es ein bisschen schade, dass ich mich jetzt verlaufen habe. Ich hoffe, ich komme heil wieder nach Hause. Ich hoffe, ich hoffe, ich komme jetzt mal zum Schluss. Ich habe cricket-mäßig. Okay. Ich werde es nichture.